Mein Name ist Lukas Nelkenbrecher und vom Beruf bin ich Schmied. Ihr seid hier in der alten Dorfschmiede in Pretsch und ich bin jetzt seit einem Jahr dabei, die zur Burgenlandschmiede umzubauen. Die Burgenlandschmiede ist ein offener Ort für alle Schmiedeinteressierten. Unter anderem habe ich jetzt auch angefangen Messer herzustellen und möchte gegen Ende des Jahres auch Leute dazu einladen, hier vorbeizukommen, ihr eigenes Messer herzustellen und Kurse zu besuchen. Was macht für mich ein gutes Messer aus? Ich bin viel gereist durch die Welt und habe dabei in verschiedenen Werkstätten auch Messer selber angefertigt und habe für mich so herausgenommen, was für mich ein gutes Messer ausmacht. Und zwar ist das einmal eine elegante Form und die Reduktion auf die reine Funktion. Deswegen ein kurbes Gewand und hast hier ein Messerscharfer Schliff und dazu ein schöner schlichter Holzgriff. Einfach ein Werkzeug, mit dem man gut und gerne arbeitet.